Die Curry Box Das Gericht ein bisschen das Erlebnis von Lagerfeuer und Rauch mit und Grillen mit und beim Ananas Curry, das ist ein sehr sehr fruchtiger Curry ich liebe ihn für Hähnchen und ansonsten für Desserts, aber immer noch ein paar Ananasstücke mit dazugeben Wir wünschen euch viel Spaß beim Kochen alles Liebe, euer GDWD Mehr Informationen zum Kochen gibt es übrigens auf www.spiceworld.at www.spiceworld.at